weg ist sie wenn sie nicht bei mir war wollte ich mir nie vorstellen was sie macht musste ich auch nicht ich wollte dass sie bei mir bleibt bei mir bleibt ich bin Musik Ich bin zufällig hier gelandet. Ist das Mark, mit dem du hier tanzt? Genau, du bist zufällig hier gelandet. Ist das also? Fuck! Ey, ganz ehrlich, was ist eigentlich los mit dir? Bist du irgendwie zu verkoppt, um mir selber was zu spielen zu suchen? Mann, was geht eigentlich in deinem Kopf da oben ab? Was geht da ab? Was sehst du hier? Mann, ich will das Weg gehen. Ey, da, da ist die Tür. Geh bitte, keiner hinder dich da ran. Willst du mit mir, komm, komm. Vergiss es. Ich habe ihn nur einmal gesehen. Seitdem sind auch die Bilder da. Sie mit ihm. Er auf ihr. Sie auf ihm. Wieso gerade dieser Typ? Was ist anders? Hey. Hey. Alles klar? Was für ein Tag, echt. Ja. Aber danke, dass du mich abholst. Ich habe jetzt drei Karten organisiert. Samstagabend. Old J. Klingt gut. Aber ich wollte doch Samstagabend zu der Vernissage. Vernissage? Wer stellt denn aus? Habe ich dir doch erzählt. Mark stellt aus. Mark stellt aus. Cool. Aber ich meine, wir können ja Dienstagabend essen gehen oder so. Anna. Warum vergeudest du deine Zeit mit diesem Pseudokünstler? Pseudokünstler? Ja, die kennst du noch gar nicht. Ja. Dafür scheinst du ihn immer besser zu kennen. Alex, das mit der offenen Beziehung war deine Idee. Ja, ja, ja. Aber so war das nicht ausgemacht, Anna. Wir haben gesagt, wir Vögel. Aber wir verlieben uns nicht. Anna, ich will, dass du diesen Tüten nicht mehr triffst. Oh. Sexy. Für Samstagabend? Zu Hause? Alex. Hey. Was denn? Mann, 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 Mann. Komm, hör auf. Hör auf. Wie du sollst aufhören? Ist das denn los? Mann! Du sollst aufhören! Anne, was machst du da? Wonach sieht's denn aus, ne? Hey! Anna, bevor du hier irgendwo hingehst, lass uns einfach mal reden jetzt, ne? Was ist hier los zwischen uns? Was ist mit diesem Typen? Du fragst mich ernsthaft, was zwischen uns los ist? Hast du dir einmal überlegt, dass das vielleicht gar nicht mit Marc zu tun haben könnte, sondern vielleicht ein bisschen mit dir? Hast du mal so weit gedacht? Was soll der Scheiß? Anna. Anna, bitte. Fass mich nicht an! Anna, du bleibst hier. Mann sagt eine! Du bleibst hier, hilft jetzt auch nichts mehr! Mann! Anna? Halt, lass mich! Anna, du bleibst... Lass mich in Ruhe, Alex! Mann! Du bleibst hier! Hey! Lass es! Lass mich zu... Alex! Ich habe dich! Ich muss dich. Mann! 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 Im Spiegel habe ich mich gesehen, ich habe mich nicht mehr erkannt. Als der Spiegel zerbrach, wusste ich, dass ich was verloren habe. ifier im Spiegel meinen 얼마 1979 ist, es ist möglich, sich selbst betrachtet. Untertitelung des ZDF, 2020